Auslegung der Heiligen Schrift Von Johannes Calvin Der Jakobusbrief Dieser Kommentar trägt den Titel Täter des Wortes Jakobus Kapitel 1 Die Verse 22 bis 25 Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wir kommen nun zu Vers 22 und lesen dort Seid aber Täter Täter bedeutet hier nicht wie in Römer 2 Vers 13 den, der dem Gesetz Gottes genug tut, allseitig es erfüllt, sondern der Gottes Wort innerlich erfasst und mit seiner Lebensführung bezeugt, dass er ernstlichen Glauben hat, entsprechend jenem Wort Christi, selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Hier zeigt Jakobus an den Früchten, welcher Art jene eben genannte Einpflanzung ist. Zu bemerken ist außerdem, dass der Glaube vom Apostel mit anderen Werken zusammen in eine Reihe gestellt wird. Ja, er wird sogar ganz besonders so betrachtet als das vorzüglichste Werk, das Gott von uns fordert. Dann lesen wir weiter, ab Vers 23. In der Tat ist die himmlische Lehre ein Spiegel, in dem Gott sich uns zum Anschauen darbietet, aber so, dass wir in sein Bild verklärt werden, wie Paulus in 2. Korinther 3 Vers 18 sagt. Hier aber handelt es sich um den äußeren Blick, nicht um die lebendige und wirksame Beschauung, die bis ins Herz dringt. Ein fein gewähltes Gleichnis, das kurz andeutet, wie nutzlos die Lehre sei, wenn sie nur mit dem Ohr, nicht mit der innerlichen Teilnahme des Herzens aufgefasst wird, weil sie in diesem Fall ja bald sich verliert. Ab Vers 25 In das vollkommene Gesetz der Freiheit Vom leeren Hineinschauen hat Jakobus gesprochen. Nun steigt er zu jenem innerlichen, eindringenden Blick auf, der uns in das Ebenbild Gottes verklärt. Weil er es aber mit Juden zu tun hat, braucht er den ihnen vertrauten Ausdruck Gesetz für die ganze Heilslehre Gottes. Wenn er dann vom vollkommenen Gesetz und vom Gesetz der Freiheit spricht, so haben ihn die Erklärer nicht verstanden, weil sie den hier bemerkbaren Gegensatz nicht begriffen, der aus anderen Stellen der Schrift erhält. Solange das Gesetz mit äußerem Laut von den Menschen zwar gepredigt, aber nicht mit Gottes Geist oder Finger ins Herz geschrieben wird, bleibt der Buchstabe tot, einem leblosen Leichnam gleich. Dass man es für ein unvollkommenes, verstümmeltes Gesetz hält, bis es im Herzen aufgenommen wird, ist nicht verwunderlich. In der gleichen Weise ist auch die Beziehung des Gesetzes zur Knechtschaft, wie Paulus in Galater 4, Vers 24 lehrt, und kann uns nur hinabstürzen in Misstrauen und Furcht, wie derselbe Paulus Römer 8, Vers 15 zeigt. Der Geist aber der Wiedergeburt schreibt es uns ins Gemüt und bringt gleichermaßen die Gnade der Kindschaft. Unsere Aussage bedeutet also so viel, als hätte Jakobus gesagt. Nicht mehr zur Knechtschaft soll das Gesetz wirken, vielmehr euch frei erklären. Nicht mehr soll es nur ein erzieherischer Zuchtmeister sein, sondern zur Vollkommenheit führen. Ihr müsst es mit aufrichtiger Freude annehmen, damit ihr einen frommen und heiligen Wandel führt. Da diese Erneuerung durch Gottes Gesetz aber nach dem Zeugnis des Jeremia und anderer eine neutestamentliche Gabe ist, so ist weiter klar, dass sie erst nach Christi kommen erlangt werden kann. Gewiss ist er selbst allein des Gesetzes Ziel und Vollendung. Deshalb fügt Jakobus das Wort Freiheit hinzu. Denn diese ist die unzertrennliche Begleiterin dieser Erneuerung, weil der Geist Christi uns ja niemals erneuert, ohne dass die Befreiung des Herzens von Furcht und Angst uns zugleich Zeugnis und auch Pfand der Kindesannahme bei Gott wird. Dass ein Mensch im Gesetz beharret, besagt, dass er seinen Blick ständig auf die Erkenntnis Gottes gerichtet hält. Und wenn Jakobus hinzufügt, der wird selig sein in seiner Tat, so gibt er zu verstehen, dass die Seligkeit im Handeln liegt, nicht im teilnahmslosen Hören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017